Kartoffeln gekocht, klein geschnitten. Die waren als festkochend angegeben, aber die zerfallen ganz schön. Gurken haben wir klein geschnitten. Wir haben das ganze Glas genommen an Gurken. Wir kippen das jetzt auf die Kartoffeln drauf. Zack. Ihr müsst auch noch mit. Zwiebeln haben wir jetzt ungefähr, war eine ziemlich große, haben wir eine genommen. Zack, rein damit. Eier haben wir sieben Stück, auch klein geschnitten. Zack, drauf. So, ein Spritzer Essig tue ich immer drauf. Nicht zu viel. Gut. Durkenwasser, mit einem Dutenschlag. Ja, das reicht. Eine Prise Salz. Gut. Oh, das war das große Loch, besser die kleine. Eine Prise Pfeffer. Gut. So, Senf. Drei Löffelchen. Eins. Zwei. Drei. So. Nehmen wir die Mayonnaise. Dann nehmen wir das ganze Glas. Können wir ruhig den dafür nehmen. Wird ja eh alles vermengt miteinander. Alles schön rein. Das sind wieder Pfunde, die der Mensch braucht. Und ich muss die ganze Woche wieder Haferschleim essen und meine Frau nicht auf die Ecke stellt hat. So. Da geht noch was. So. Prima. So. Und jetzt alles schön warm miteinander. Und schon fertig ist der Kartoffelsalat. Schön umrühren, immer rühren, rühren, rühren. Herrlich zum Grillen oder zu den Frikadellen. Ich habe ein schönes Frikadellen Video gemacht. Das passt richtig gut zu dem Kartoffelsalat. So. So. Jetzt. Probieren wir mal. Hm. 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 Lecker. Wenn ihr euch nicht schmeckt, irgendwie Salz oder Pfeffer fehlt bei euch, dann tut einfach ein bisschen noch nachwürzen. Den stelle ich jetzt eine halbe Stunde oder Stunde noch im Kühlschrank. Und dann probiere ich den nochmal und würzen nochmal nach. Viel Spaß beim Nachkochen. Was immer geirleso ist. Jetzt haben wir noch. Oosa nein, ich habe einen Pfeffer, näundred. Aber wir erst dann kann ich mal im K inappropriate幹reich nauseü.